Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und wir machen heute ein kleines Pack Opening bzw. kleines Gut. Das Team des Jahres ist erschienen und es befinden sich mannigfaltige Spieler herinnen, sogar zwei Deutsche. Ich wollte gerade mal auf die Werbung klicken, aber geht gar nicht. Also ihr seht das hier unten, die Torwart und Verteidiger aus dem Team des Jahres sind bis Mittwoch 19 Uhr mitteleuropäische Zeit verfügbar. Und wir haben da Manuel Neuer und Philipp Lahm im Team des Jahres, dazu noch Thiago Silva, Sergio Ramos und David Luiz. Also ich mache mir nicht wirklich Hoffnung, dass ich davon irgendjemanden nur ansatzweise im Pack haben werde, aber trotzdem, man kann es ja mal probieren. Die 6900 Punkte da oben sind nicht alles, was wir am Start haben. Ich habe mich mal komplett eingedeckt mit genügend Xbox Live Money, um das wir da ein bisschen rocken können. Jetzt würde ich mal sagen, wir schnappen uns einfach in dieser Folge die 10 Spielerpakete, die es gibt. 12 Spieler, 10 Gold, 3 seltene. Und dann, ja, überlassen wir das Ganze einfach mal dem lieben Gott und hoffen, dass wir vielleicht irgendjemand Interessantes aus dem Verteidigerregime drin haben. Und es geht schon mal gut los mit Capell. Keine Ahnung, ich kenne den jungen Mann, der hat doch... Das ist eigentlich ein ganz bekannter Spieler, ne? Capell, ich kenne den irgendwie. Törer ist natürlich da drin, hey. Ilaramendi, das ist auch ganz bekannt eigentlich. Fernando. Ja, es ist eigentlich niemand dabei, wo ich sage, hey, den behalten wir. Den können wir mal auf die Transferliste setzen, aber sonst, ja, auf Wiedersehen. Und 3000 Münzen plus gemacht, ich freue mich. Und gleich das nächste Pack hinterher. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es am Ende gibt. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, ein Spieler des Jahres zu kriegen ist, boah, fast so selten wie ein Sechser im Lotto. Oh, Defoe, guck mal. Aber es gibt tatsächlich Leute, die halt eben so ein Glück haben. Defoe ist natürlich auch, alter... Ich weiß noch, dass der bei Tottenham immer war. Wir tun ja mal auf dem Transfermarkt, mal gucken. Ist das Obafemi Martins? Tatsächlich. Hat immer noch 93 Tempo, der Alte. Voll krass. Kifrak. Fofana. Portillo. Wir haben hier noch Johnny Evans, ja. Badei ist... Badei ist das der vom HSV? Ich glaube schon. Also der, der aber beim HSV war. Ja, ich glaube, den Rest können wir abstoßen, ne. Aber ich weiß, die Obafemi Martins ist schnell, aber ich glaube, der bringt nix. Spielt er leider in der falschen Liga. Falsche Liga? Naja. Schauen wir einfach mal. Und es kommen ja noch mehr Team des Jahres Spieler in den nächsten Tagen und Wochen. Da machen wir uns einfach mal... Da decken wir uns einfach mal ein bisschen mit Punkten ein und dann schauen wir einfach mal, was da draus so wird. Und wir? Ja. Und wir? Ja. Oh Gott, Son. Ich glaube es ja wohl nicht. Ja, die anderen... Ich weiß nicht. Sokrates bringt der was? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hau das einfach so weg, wie es ist. Das Team. Weil irgendwie... Ja. Aber wir haben HW4 drin, ne? Oh, kleinen Moment. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Wie gesagt, ich glaube nicht wirklich, dass wir Glück haben, aber hey. Man muss das Glück ja bekanntlich herausfordern. Alter, Dembele. Dass der noch bei Tottenham spielt, das ist auch krass. Wusste ich gar nicht. Hm. Weiß nicht, ob wir den für unser Team behalten sollten. Ist der gut? Ist der nicht gut? Ich hab keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab Tottenham schon lange nicht mehr verfolgt. Kann ich mal kurz mein Headset aufhängen. Äh, wen haben wir hier noch? Benat. Ja. Burn. Alter, der sieht jetzt auch nicht so wirklich krass aus. Umiti. Alter, was für ein Name. Richtiger Umiti. Ndoi. Foster Sinturk. Alter, Semi-Sinturk. Krass. Der war auch mal richtig krass drauf. Ja, ich weiß nicht. Dembele können wir mal behalten. Aber sonst... Näh. Das einzig Positiv ist halt, dass wir ganz gut Geld machen. Mit den Packs. Weil die halt super viel bringen. So 3000 im Schnitt. Aber lieber wären wir natürlich irgendein guter Spieler. Mit dem wir noch mehr Geld machen könnten. YouTuber sind immer noch aufs Geld aus. Emanuel-Zone. Cool. A ist Rom. Silber. So viel Geld. Das könnte was bringen. Ich lass mal kurz die Katze raus. Kleinen Moment. So, grad mal 5 Minuten aufgenommen und schon zweimal unterbrechen müssen. Wegen der blöden Scheißkatze. Nur geht's aber weiter. Dembele, Alter. Krass, wie schlecht der mittlerweile geworden ist. Der war mal richtig schnell unterwegs. Kurzawa. Ist das der Bruder von Kagawa? Alter, Ramos. Cool. Weiß nicht, ob der noch was bringt. Mal ab auf die Liste mit ihm. Und ansonsten... Auf wieder wehen. Dieses Set ist nicht mehr verfügbar? Hä? Das war doch pro Account 10 Stück stand da doch, oder nicht? Hä? Naja, ist mir auch egal. Wir rotzen die Punkte da oben jetzt noch runter bis auf 3000. Verholen wir uns halt die Dinger hier. Gibt's wenigstens wieder ein paar Heilungs- und Vertragskarten? Auch nicht schlecht. So, Ben Foster. Hey. Geilo. Yay. So, Vertragskarten, Fitnesskarten. Nehme ich gerne an. Immer, her damit, hör mal. Alter, wie viele halt auch. Gar nicht unverschämt oder so. Was haben wir hier? RF zu RM. Wer damit? Oh, Toni Janschke. Nein. Hm, Spieler Basic. Können wir mal mitnehmen, falls wir einen auf Basic zurücksetzen wollen. Muss man, glaube ich, um eine andere Karte draufsetzen zu können, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, aber schauen. So, nochmal 2000 Münzen Plus gemacht. Hey. So. Ich glaube, das Set ist unbegrenzt verfügbar, ne? Tatsächlich. Da gibt's bestimmt... Oh, Lamella. Da gibt's bestimmt Vereine, die noch mehr Münzen haben wie wir. Ach, Münzen sind eigentlich schon Verträge und sowas. Caicedo. Hm. Bojan, Alter. Bojan Krikic. Boah, ist der auch... Hat null den Durchbruch geschafft. Das ist krass. Der war bei Barcelona so gut früher. Hat sich aber scheinbar auch erledigt mit dem. So, Fitnesskarte. Hey, her damit. Heilung, Oberkörper. Ne. LRV zu LV. LF. Wir nehmen alles mit. Und Lamella nehmen wir auch mal mit. Ich komme auf die Transferliste. Stadion-Hangguck. Können sie sich in den Arsch schieben. Brauchen wir nicht. So. That makes a pack. Wie gesagt, ich... Das ist, äh... Ne. André Schöle. Wäre super, wenn wir den nicht schon hätten. Toll. Akin. Und Inan. Von Inan. Alter, Benat, den hatten wir doch eben erst. Kann doch nicht sein. Ja, das kotzt mich halt immer an, wenn wir dann Spieler doppelt haben. Das ist immer so, äh... Weiß ich nicht. Komm ich mir immer so verarscht vor. Vor allem, wenn man die halt so knapp aufeinander doppelt hat. Äh... So, Barcelona-Trikot. Nein. Stuttgart-Trikot. Nein. Schöle. Weiß nicht, ob der noch was bringt. Wir werden das sicherlich erfahren. Architekt und Pladiator. Hätt er mit. Und der Rest. Stoßen wir weg. So, ein bisschen können wir noch... Drei Packs können wir noch aufmachen. Das ist noch drinne. Also vier mit dem hier. Singiden. Jones. Ja. Lindegard. Machetti. Singiden. Butcher. Alter, Heiko Butcher. Krass. Der war mal bei Frankfurt gewesen. Eine Zeit lang. Bevor er dann scheinbar zu Bochum gegangen ist. Alter, was ist das denn für eine Liga? Bangura. Und Liga steht ja gar nicht dabei, ne? Ach doch, hier, warte. Liga BBVA. Aha. Hm. Tun wir mal auf die Transferliste. Ist schnell und hat viel... Dribbling. Wann haben wir hier? Ja. Ausprobieren. Vielleicht bringen die ja was. Weiß man ja nicht. So, Vertragskarten nehmen wir natürlich auch gerne mit. Das hab ich's immer wieder gerne gesehen. So, Training. Fitnesskarten. Und aber noch ein Hawk. Aber ich glaub, Hawk haben wir genug, ne? So. Oh, tschüss. So. Und ein weiteres Paket. Ei, ei, ei. Wir können auch gerne gleich mal gucken, wie die Preise aussehen. Subotic, hey. Hey. Wir können auch gleich gerne mal gucken, wie die Preise so sind. Von den Team des Jahres spielen. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt... Ist das Barrios? Alter, Lukas Barrios. Krass. Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Preise... Für diese Spieler... Alter, 4000 Münzen... Mittlerweile schon bekannt sind, weil es halt schon ein paar Glückspilze gab. Und ich hab mich längst damit abgefunden, dass ich nie zu diesen Glücklichen gehören werde. Aber das ist okay. So. Zwei Team der Woche-Spiele hatten wir ja schon mal drin. Banetta und... Ach, wie ist der andere nochmal? Banetta und... Fletcher, genau. Steven Fletcher. Robert Huth. Alter, Füße 86. Anleitungsprinzip kommt der in unserem Verein. Honda. Vom FC Mailand. FC Mailand. Yannick Stark. Heißt der, glaub ich, ne? Ah, genau. Yannick Stark. Hernane Postiga. Ich denke, Honda wird nix wert sein, oder? Ich weiß das immer nie. Ich kann das nicht einschätzen. Man hat ja jetzt auch nicht alle... Alle Wagtwerte im Kopf von jedem Spieler. Das wär krank. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es Leute gibt, die das nicht doch haben. Bei FIFA gibt's alles. Habe ich schon alles erlebt. Huch. So, das letzte Paket am heutigen Tage. Ich bin sehr gespannt. Oh. Arbeloha. Yeah. Was ich krass finde bei Inter Mailand, ne? Das sind alles neue Spieler. Alles neue Gesichter. Habe ich noch nie gesehen. Gut, ich muss sagen, ich verfolge jetzt die italienische Liga auch nicht so. Aber... Respekt. Die haben ja voll den Umbruch. Das ist krass. Hey, ich spiele Heilung. Guardian und Wall. Nehmen wir beides. Alter, wie viele Duplikate. Ich hab eine Idee. Guck mal auf die Transferliste. So. Und weg damit. Gut. Ich würde aber mal sagen, das war jetzt der erste Spaß. Team des Jahres. Leider nichts. Kein Glück gehabt. Und auch vom Team der Woche niemanden drin gehabt. Wir gucken aber grad trotzdem mal. 2,1 Millionen, Alter. Das ist krass. Wir checken mal gerade hier. Neuer. Manuel Neuer. Ah, Gold und dann Suche. Siehste, hab ich doch gesagt. So ein paar Lacker gibt's immer. Ist leider einfach so. 2,5. 2,7 ist schon ganz schön teuer, muss ich sagen. Dann gucken wir mal, David. Was ist bei der Kommunikation? Du mich auch. So, suchen wir mal nach David Lewis. Äh, Lu. Lewis. Muss ich wahrscheinlich nach David suchen, ne? Auch nicht. David, Lewis. Da ist er. Hat der normal nur 82? Okay. Ah, das war auch klar. Der ist aber jetzt nicht so teuer, ne? Hat schon einer geboten. 850. Aber schnell, Alter. Für einen Verteidiger. Mega Defense, mega Physis und super schnell. Krass. Richtig, richtig krass. Hä, war da grad... Achso, ja, okay. Wen haben wir denn noch? Silver haben wir noch, ne? Hier, Thiago Silva. Der für viele beste Verteidiger der Welt. 86 Tempo, 95 Defense Physis. Alter, wenn du diese Innenverteidigung von Paris hast, ne? Boah. Da hast du echt gewonnen. Vor allem halt die beiden Team des Jahresspieler. Welche halt nochmal voll den Temporschub bekommen haben, Alter. Krass. So, Philipp Lahm. Der ist gar nicht so schnell. Was haben wir hier? 84 Tempo. Dribling, die Physis ist natürlich nicht so gut, aber passen ist extrem gut. Und was halt ein großer Vorteil ist, ist es ein Rechtsverteidiger. Lahm. Das ist... Mega. Er ist auch ziemlich oft schon hier drin, ne? Wenn du mal so guckst. Auf jeder Seite mindestens zwei. Da war jetzt mal einer. Hier ist gar keiner. Aber ist schon krass. Wen hatten wir denn noch gehabt? Neue haben wir schon geguckt. Achso, warte. Mal gucken, wen haben wir denn noch vergessen? Was? Team des Jahres Cup. Mit einem Fünf-Sterne-Team bist du dabei. Für den Turnier-Sieg gibt es großartige Belohnungen. Aha. Seltenen Spieler im Shop. Wat? Ach, krass. Boah. Megaset. Das ist bis der größte Set mit 30. Ja, genau. 30 Objekten. Eine Mischung aus Spielern und Verbrauchsobjekten. 18 Seltene. Alter. Alle Gold, alle selten. Das Paket holen wir uns jetzt noch. Jetzt gehen wir aufs Ganze, Freunde. Ansonsten muss ich nochmal Geld ausgeben. Ist mir egal. Boah, komm schon. Begovic. Ernsthaft. Wen haben wir denn noch? Hermann? Rodriguez? Kenn ich nicht. Keine Ahnung. Das Paket ist ein Reinfall, Alter. Also für uns jetzt gerade zumindest. Uccio. Ja, komm. Können wir so abgeben, wie wir es gekriegt haben. Komm. Scheiß drauf. Hätten wir, das war früher gewusst, hätten wir uns die die ganze Zeit geholt. Mertens. Wahnsinn. So, der absolute Hammer. Aber ist wirklich nicht schlecht. Für uns leider unbrauchbar, aber trotzdem. Van der Veel. Ich hab keine Ahnung, was die ganzen Spieler wert sind. Wir gucken einfach mal. So, der Rest kann weg. Das Tät ist nicht mehr verfügbar. Yo. Wollen wir uns doch so eins holen. Ja, komm. Als Entschädigung, weil es so schlecht läuft. Wobei, wir haben gut Geld gemacht, aber trotzdem. Ist echt enttäuschend. Garai. Alter Peter Crouch. Krass. Wo spielt denn der? Bei Petersburg, oder was? Na ja, weil Zenith, ja. Ja, der bringt nix. 52 Tempo, kannst du knicken. Aber wir haben die ganzen Vertragskarten noch. Und die ganzen Spielerheilungskarten. Und die ganzen Fitnesskarten. Und immerher damit. Weißt du, jetzt haben wir schon, äh. Oh, Mario Gomez haben wir auch noch drin. Jetzt haben wir schon dieses Mega-Spieler-Set zweimal. Haben dafür 1000 FIFA-Points ausgegeben. Also entsprechend 100.000 quasi. Und es ist nichts drin gewesen. Das ist enttäuschend einfach nur. Mega enttäuschend. Na ja. Ich würde sagen. Äh, das war das Team des Jahres. Und, ähm, also der erste Streich. Natürlich kommen die nächsten Tage noch mehr Pack-Openings. Immer mal zwischendrin. Ein bisschen unregelmäßiger. Zusätzlich zu den so regulären FIFA-Folgen. Ähm, also da fällt nix aus. Das heißt, es geht da regulär weiter. Und ich würde einfach mal sagen. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bei FIFA 15 Ultimate Team im Pack-Opening. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Vielen Dank.